Musik Hallo Leute und willkommen zu einem Infovideo Ja Leute ich bin endlich aus Ich bin endlich aus Italien zurück Neben mir Neben mir ist der Gamer B Ja auf jeden Fall Leute ich wollte sagen Ich bin aus Italien zurück Ja ich war halt mit der Schule In Italien und jetzt bin ich wieder da Also die Vlogs davon werden Noch kommen aber ich habe noch andere Vlogs die ich schneiden muss Hier ist Luca Nein Spaß Der hat einen Erdblock auf dem Kopf Ja egal Ja auf jeden Fall ich wollte sagen Dass Ich wollte sagen dass auf jeden Fall ich wieder zurück bin Ein Flyhacker ja wieder mal Ist der Premium Nein ist er nicht Ich wollte eigentlich nur ganz kurz Bescheid zeigen Dass ich wieder da bin Also heute Ein geiles Video Leute Also Leute Wer es nicht wusste Leute heute fängt die EM an Also um 21 Uhr Leute bei mir Also das fängt das Spiel an Ich werde das auch aufnehmen Ja ich werde das einfach so ein bisschen aufnehmen Mit meinem Aufnahmeprogramm Weil das Diese Spiele sind immer sehr sehr geil Vielleicht ein Best Off zusammen Dann schneide ich vielleicht ein Best Off Weiß ich aber nicht ob ich das mache Wehe der macht ein Allentor mal Ja egal Ja Leute das passt jetzt überhaupt nicht dazu Aber naja Ich wollte noch das sagen dass ich zurück bin Und morgen kommt dann ein richtiger Morgen kommt dann wieder ein Let's Play Dann bis morgen Ja Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal